so ihr schönen menschen ich wünsche euch ein wunderschönen guten tag ich laufe da vorne geradeaus sterbe das machen wir noch mal wir fangen noch mal an damit wir über acht so jetzt mal hier muss ein bisschen runter stellen genau ich habe im internet gegoogelt alles mögliche ich habe keinen weg gefunden wie ich daran kommen soll und ja kein plan also machen wir einfach ganz normal weiter hier oben gibt es hier baut sich die map wieder auf hallo 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 klack 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 nehmen wir mit und ich finde es ein bisschen ein bisschen scheiß nicht rausgefunden habe drei pfeile brauchst du oder naja ja leck leck arsch lecken ja ich finde es ein bisschen scheiß nicht rausgefunden habe da muss ich ehrlich zugeben das sieht mir aus als wäre das der hauptweg und ja das ist die andere seite von der es hochgehen würde ja wie gesagt ich habe es leider nicht rausgefunden schade schade aber man kann ja nicht alles haben vielleicht erklärt sich das im laufe des spiels und dann haben wir es etwas laicht herr tot ist er warum nicht immer ein headshot gleich hoch springen ok ja ich muss ok wie komme ich da hin da oben ist auch was zum aktivieren ein toter dino ah da oben ist auch was du hast gecheatet das sehe ich doch doppelte todes einmal verreckenreich danke aktivieren wir ah ne hier braucht ihr die dinger die da unten sind ja gut gehen wir trotzdem mal weiter hoch nichtsdestotrotz öffnet sich nichts an dem sprung dürfte ich ja eigentlich nicht schaffen oder voll hell war ja vorher schon liebe es ah da hinten links ging es weiter stimmt da wo der dino her kam aber erstmal gucken wir hier ist was naja hier geht es auch nicht weit hier sind risse drin sind von wegen oh das stürzt bald ein können wir irgendwie was vielleicht die tag pfeile nehmen aber die sind noch ein bisschen schade zum benutzen oder nicht gucken wir uns mal ein bisschen um nochmal bevor ich jetzt hier irgendwas mach was vielleicht kompletter blödsinn ist bullshit auf gut deutsch sieht auch so aus als es ist verziert ne hier auch ist so oben drin ja wir können es einfach mal versuchen ne ist es eine tür ich versuche es einfach mal ne wäre auch kacke wenn man denn keine tag pfeile hätte wie sollte man denn sonst daran kommen das wäre wieder die andere sache ah warte mal ah ne ich dachte vielleicht von hier oben ne hier können wir auch gar nicht drauf springen sehe ich gerade ja kaum begonnen ach da wir hätten andere seite lang gehen können da ist keine brücke das heißt ja 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 das heißt wir können hier ganz easy einen schalter betätigen und dann öffnet sich hier wahrscheinlich alles yay ich trottel was hat sich denn jetzt geöffnet ach die tür cheater okay gehen wir mal einfach ins dunkle hier hätte ich gerne flashlight ich sehe schon was da auf mich zukommt jawoll ii ii hasse spinne wie die pes aber das wollte ich ja jetzt 3000 kugeln verballer und die brauchen noch zwei pistolenschüsse na geil hoch ja huppala wo kommst du denn hier wie aktiviere ich dich denn ach der schalter hat bestimmt da unten ach der schalter hat das tor da hinten aufgemacht ja nice na schade ich habe den sprung trotzdem nicht geschafft oder? ne die Tür da oben ist noch zu ahhh geil torschlüssel ich finde aber trotzdem die animat äh die die sounds vom von wasser und so ist noch ziemlich laut ich muss mal die umgebungs sounds mal ein bisschen runterstellen weil ich da echt einen krampf kriege ton effekte 15 ja ist jetzt nicht viel leiser aber bisschen bisschen so bub bub und runterfallen bub bub runter ach die haben sich bewegt ja nice könnt ihr euch auch gegenseitig umbringen bitte ja geil drei schüsse hin ok hallo hallo hashtag ich weiß nicht wo es hingeht hashtag ich geh einfach irgendwo lang ich ertrinke gleich ja ich ertrinke ja tatsächlich gleich ich kann hier nicht auftauchen kacke kacke ja 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 na gut ich glaube seitwärts schwimmen geht auch ein bisschen schneller oh gott oh gott oh gott jung jung tauch auf achso mit leertaste kann man schneller auftauchen geil du furzköpfiger rosettenhengst ping 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 ja voll in die birne aber erstmal 50 500 schüsse schlucken ok oh muni ist immer gut hier ist ein teleporter finde ich jetzt aber irgendwie nicht so geil weil ich da eigentlich nicht lang gehen will ja klar du mistvieh stirbst natürlich nach einem schuss ähm oh da ist ja auch wieder einer der schießt moin piu 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 tot äh ich speichere einmal schnell äh spiel speichern es gibt doch glaube ich ein schnell speichertaste f2 und f3 aber bis ich die raus hab na komm schon geil ich muss ja noch so drei bitches töten leck mich am arsch das ich habe euch noch nicht mal gesehen und die schießen auf mich oh oh ah jetzt wollte ich ganz professionell eigentlich das fasste hinten abschießen damit die alle platzen aber jaja ah 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 aber mh 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 gut sie her dann schuss und da haben sie mein spielchen nicht mitgemacht ok shotgun benutze ich ungern Geil! Full life oder? Ja, ich hätt' gern mal wieder so b-bumm-life. Ach kommt schon! Könnt' doch nicht alle nach einem Schuss schon verrecken. Alex, mir doch am Arsch! Da kommt er! Ich weiß doch, ihr wollt's auch! Jaaa! So wie vom Papa damals! Einfach in die Fresse hauen! Ich hab' leider nicht mehr so viel Schuss. Nur nicht, dass ich die andere Muni plötzlich nehm' Oh-oh! Oh-oh! B-b-b-b-b-b heißt immer! Oh-oh! Das Pfeiler? Ja sag' ich doch! Geil! Also auf Distanz, muss ich sagen, ist die Dings-Muni immer am besten. Explosiv-Muni von der Shotgun. Ist wie so'n Sniper. Seht da? Bam! Hä? Leute? Ich bin grad' da runtergebackt. Hier kam' ich her. Seht da? Einfach bam! Ich bin da runtergebackt grad. Ich bin rückwärts gelaufen und einfach durch die Treppe durch. Geil! Bei Battlefield würd' ich jetzt sagen, Fixed-Game. Aber immer... Bin mit Absicht runtergefallen. Ich brauchte noch ein bisschen Munition. Was ist hier? War ich hier schon? Hier war ich noch nicht. Aber hier ist schon wieder so'n Wasser. Vielleicht ist das einfach nur ein Hinweis. Da kannst du einfach noch nie lang. Ja, er steht genau vor mir und ich aim' voll daneben. Äh... Vielleicht der Hinweis, dass ich da noch nicht lang kann. Bist du tot? Ah ne, der ist hier hoch, oder? Hallo? Hallo? Ja... Also, ich muss noch mal zu dieser Brücke zurück. Definitiv. Da ich ja die aufgemacht hab' Was haben wir jetzt hier bekommen? Ne Magnum? Ja, geil! Ja, der Weg hat sich gelohnt, will ich meinen. Irgendwo war doch der Weg, äh... Kann man doch bestimmt wieder dahin, wo wir hinwollen. Da oben würde ich auch gern hin. Nur weil ich nicht, wie ich da hinkomme. Ist wahrscheinlich jetzt, äh, die Brücke hier. Mh... Ja, hier geh' ich doch eh so runter, oder nicht? Ja. Ich weiß nicht. Er sagt bestimmt, wenn du da reinspringst, bist du tot. Heißt das. Aber was das mit diesem Sprung auf sich hat, kann ich jetzt noch nicht ganz nachvollziehen. Kann ja auch im Prinzip alles mögliche heißen. Glaub' ich nehm' erstmal Shotgun. Dafür hab ich grad am meisten... Oh, ich dachte grad, ich hätt' damit am meisten ammo. Aber mh... Auch nicht. Auch nicht. Dututu du 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 duu. Wo kommst du denn her? Freunde der Nacht. Also, ich glaub' hier hinten hat sich jetzt was aufgetan. Hier lang so. Hier so lang. Aber bei dem Typen, bam. Einfach bam in die Fresse. Ich glaube, das ist aufgegangen. Aber da möchte ich noch nicht lang gehen. Weil hier lagen noch so viele Steine und sowas. Hier die Dinger. Ich würde gerne alle aufheben. Also nicht alle, aber zumindest ein paar. Ja gut, ich wollte auch eigentlich... Eigentlich wollte ich nicht runterfallen. Ich gebe es zu. Aber jetzt ist es passiert. Wenn ich schon mal hier bin, gucke ich mich auch um. Ja moin. I bims. Okay. Ja gut, voll die Verschwendung gewesen. Aber egal. Ja, kommen wir hier vielleicht zu der Waffe. Also das ist ein Waffenfragment. Ich glaube eher, das ist ein Waffenfragment. Wie halt bei dem andern Teil. Dass du halt ein paar Sachen sammeln musst. Aber hier sieht es jetzt nicht so aus, dass ich weiterkomme. Und da drüben müssen wir bis zu fünf live. So schlecht geht es uns jetzt lebenstechnisch auch nicht. Dass wir das nötig hätten. Kommen wir hier her. Mein Socken hat sich gerade irgendwo verfangen. Ach, ich bin wieder frei. Habt ihr jetzt... Oh, die Hecken. Au. Das verfolgt mich. Ihr Pisa. Ach so. Alter, wo kommst du her? Lass mich in Ruhe. Wie mache ich das kaputt? Ja, ja. Ja, ja. Liebes Kind. Ne, komm, wir haben noch ein bisschen Shotgun. Na gut, das bringt nicht so viel. Oh, die mal ein bisschen Auer machen, die ja schon, gell. Die sehen auch ein bisschen fies aus. Oh, die Muni spawnt ja immer nach. Geil. Wo müssen wir so lange machen, bis sie halt... ...alle weg sind, gell. Den gehen wir mal. Steht doch gar nicht, dass es aufbleibt, dann verliegen. Oh, sie aussetzt. Ich hoffe, ich mach das hier richtig, dass ich hier einfach nur umbringe. Oder muss ich hier wirklich irgendwo lang... ...or irgendwas aktivieren. Aber die Tür hier ist zu, also... ...bis jetzt mehr fällt mir gar nicht ein. Ich drücke immer R, weil ich nachladen will. ...so ein Reflex. Warte mal. Ich werd's probieren. Aber das scheint auch nichts zu sein, dass wir da irgendwie drauf schießen müssen mit... ...weißt du was? Halt die Fresse. Halt die Fresse. Ich komm ja nicht weiter grad, ne? Und hier ist ja auch keine Anzeige so. Oh, so und so viele musst du noch umbringen. Ah, jetzt krieg ich die schon am Boden rum. Als hätt ich dich nicht getroffen. Komm schon. Komm schon. Normal ist doch so. Oh, komm, erledige fünf Gegner und dann ist es vorbei. Aber hier? Ne. 3.000. 5.000. 8.000. Komm schon. Dann läuft auch noch irgendwo draußen einer rum. Komm schon mal. Ich weiß nicht, muss ich da irgendwo drauf schießen? Ich... Ne. Also für mich hat das grad keinen ersichtlichen Sinn, da drauf zu schießen. Warte mal. Erstmal dich töten. Nö. 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 Oder muss ich mit dem Weg da hinten vielleicht frei bahnen, irgendwie? Blutest du noch ein bisschen? Nö. Nö. Probier's mal nochmal hier vorne, die. Ich wollte eigentlich zu Dings wechseln, hier wieder zur Shotgun. Aber irgendwie, ich komm hier nicht vorwärts, oder? Ich muss sagen, Turok 2 ist schon ewig, hatte ich's gespielt, aber deswegen, ich kenne das gar nicht mehr. Das kommt mir jetzt auch ein bisschen wirklich zu lange vor hier. Ist hier oben was? Oben ist auch nix. Ich kann jetzt hier nicht 100 Gegner abschlachten, oder doch? Hm. Ich meine, das Spielchen können wir jetzt so lange machen, wie wir wollen, weil... Habe ja quasi unendliche Munition hier. Ich bin etwas verwirrt. Ach, doch! So lange draufschießen, bis es kaputt geht, oder was? Ach, komm, leck mich doch. Hätte schon ein bisschen öfter mal draufschießen sollen. Entschuldigung! Meine Schuld! Egal. Hat mich das Spiel gerade ein bisschen gedroht, aber... Hilfe! Ah! Feuer! Ja, gut. Warpen wir uns mal? Wobei, ich sag mal, ich beende hier erstmal. Ich will jetzt ein bisschen kürzer mal treten. Will die Parts immer gleich so 20 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, so in dem Dreh machen. Und deswegen machen wir jetzt einen Ausnahmestopp. Tudelus!